Willkommen zurück zu Dark Souls 2, ich bin Sanfinkol und ich bin mal wieder in Machula. Ja, ich habe wieder einiges an Seelen gesammelt und ich überlege gerade, ich steige vielleicht nochmal eine Runde auf. Geht zwar alles jetzt ein bisschen schnell, ja, ja, sixa, 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 sixa. So, wie gesagt, immer das gleiche. Geschicklichkeit wollte ich machen, habe ich gesagt, ne? Zwei. Da fehlt mir doch direkt noch ein paar Seelen, um noch einen Aufstieg zu machen. Aber Geschicklichkeit bringt mir nicht so viel. Sehe ich gerade. Aber ich brauche das, glaube ich, um das Katana zu benutzen. Brauche ich Geschicklichkeit? Wie viel, weiß ich nicht genau. Aber ich brauche es. Aber Stärke bringen mir mehr. Vielleicht soll ich auf das Katana einfach scheißen. Ja, und Stärke machen. Oder so und so. Das bringt mir aber nichts, dann wirklich so, ne? Komm, wir machen mal so. Zweimal Stärke. Und dann snack ich noch eine kleine Seele. Ich weiß, das war nicht höflich. Ich sag, die meckern aber nicht. Dann sind nur die anderen, die meckern, wenn man so einfach so weggeht. Einfach so, einfach so weggeht. Ja. Gibt es hier ein Echo? Ja. Eins rüber. Jetzt gucke ich mal, was ich da habe. Hier. Lang doch. Ich glaube, es gibt nicht viel. 50. Das war eine schwindende Seele. Nehmen wir mal so eine noch. Ja, das reicht zwar ein bisschen zu viel, aber egal. Ich muss mal gucken, was ich da noch brauche. Wie war denn das jetzt hier? Wo ist das Katana? Da ist es. 25. Scheißendreck. Das ist eine ganz schöne Menge. Hm. Sagt mir nicht so zu, 25. Zwillingsklinge braucht auch 25. Ne, das Heidesperr braucht auch 25. Schwarzsilber-Sperr könnte ich benutzen. 26, die Zwillingsklinge. Heide, nein. Aber ich glaube. Ich könnte. Mal. Ins Dazwischenreifen. Dann seht ihr das vielleicht auch mal. Wenn man sich verskillt hat. Ja, mache ich einfach mal. Ich habe ja zwei. Das zeige ich euch mal. Ich habe ja hier. Ich reise erstmal ins Dazwischen. Diese 18.000, die gebe ich dann gleich noch aus. Und dann zeige ich es euch einfach mal. Was. Wie das funktioniert mit dem Seelengefäß. Die gibt es ja glaube ich bis zu sechs Stück in einem Spiel. Ich habe gerade mal zwei gefunden. Aber egal. Was heißt gefunden. Einen bekommen, eine gefunden. Glaube ich. So war es. So. Dann geht man. An den Anfang quasi zurück. Hier. Meine Damen. Still determined. Do you wish to start all over again? Ja. Sie fragt uns jetzt, ob wir nochmal neu von vorne anfangen möchten. Da steht da unten. Punkte neu verteilen. Seelengefäß geben. Da sagt man ja. Und jetzt kann man alles komplett nochmal neu vergeben. Jetzt habe ich gesagt. Okay. Ich brauche jetzt Geschicklichkeit 26 maximal. Mache ich das. 26. Nehmen wir mal 25. Und einen. Einen tue ich dann noch drauf geben. So. Dann mache ich hier die 24. Mache ich auch wieder voll. Und jetzt Intelligenz. Sage ich Intelligenz mache ich bloß 20. Oder ich könnte auch Willen nehmen. Ich habe jetzt noch 65 Punkte zu verteilen. Machen wir das so. 18. Konditionen hatte ich 25. Die brauche ich auf jeden Fall. Anpassung. Waren es 18. So und jetzt habe ich nämlich nur noch. Zwei Zauberslot. Das sind drei. Aber ich belasse es jetzt mal bei 2. Und Belastung mache ich jetzt nochmal wieder auf 16. Intelligenz. Bleibe ich bei. 20. Ich weiß nicht was ich da. Brauche. Jetzt sieht man bei Intelligenz. Geht auch die. Keule Waffe hoch. Nicht da gerade. 22. Da habe ich noch einen Punkt über. Den. Stecke ich in Anpassung. Jetzt habe ich das komplett neu. Jetzt sieht man bei Zauberslots. Habe ich jetzt. Ein Punkt weniger. Intelligenz. Drei Punkte weniger. Und passt das eigentlich. So. Wenn man sich verskillt hat. Dann geht man hier noch auf bestätigen. Und das war es dann. Jetzt kann ich wieder zurückgehen. Oh. Jetzt habe ich sie nicht aussprechen lassen. Das war nicht. Das war sehr unhöflich. Ja. Okay. Jetzt reise ich wieder zurück nach Machula. Aber ich kann das auch hier machen. Zauber einstimmen. Jetzt habe ich natürlich nur noch zwei Slots übrig. Klar. Einmal die 16. Einmal die hier. Aber mehr geht auch nicht. Ich habe jetzt zwar diese Skeptiker Gewürze. Diese Einfallspinsel Gewürze. Die kann ich diese. Hier zum Beispiel. Brauche ich 24. Da kann ich die runter skillen. Das ist zum Beispiel nur noch bis 20. Da kann ich die benutzen. Wenn ich sie nicht möchte. Hier ist es Unsinn. Weil 40. Das kriege ich nie hin. Ebenso geht das bei Wille. Achso. Ich wollte hier reißen jetzt. Also zurück nach Machula. Und den einen Geschicklichkeitspunkt noch vergeben. Und dann kann ich die. Bis kann ich das Katana benutzen. Und die Zwillingsklinge kann ich auch benutzen. Die ist zwar nicht so stark. Aber im Laufe des Spiels. Denke ich. Gibt es. Kann man die aufwerten noch. Weil ich brauche. Titanit Brocken. Glaube ich sind es. Und Titanit Schollen. Brauche ich auch. Ja. Brauche ich auch. Ja. Richtig. Ich denke. Das ist da noch eine. Ich glaube. Drachen. Wenn ich mich nicht irre. Die Drachen. Nicht Töter. Drachen Reiterseele. Gibt auch eine Zwillingsklinge. Wenn man die möchte. Oder was anderes. Ich habe ja den Bogen genommen. Glaube ich. Ich habe dich aufgeteilt. So. Dann gucken wir mal. Wo ist denn das Katana jetzt? Das Schwarzeisen Katana. Hier. Macht 195 Grundschaden. Große habe ich auch. Okay. Titanit Brocken habe ich nur noch einen. Das macht der 171 Grundschaden. Skaliert mit S auf Geschicklichkeit. Ja. Aber jetzt habe ich natürlich gepennt. Ich wollte eigentlich noch einen Aufstieg machen. Okay. Jetzt muss ich da noch mal ein bisschen was machen. Und das ist es. Das Schwarzeisen Katana. Das sind die gleichen Schläge. Komisch. Ja. Und vor jedem Fall muss ich was in Kondition stecken. Erstmal noch ein Seel snacken. Ich brauche 17.000 glaube ich oder so. Für den nächsten Aufstieg. Benutzen. Alle zwei. Das waren 4.000. Benutzen. Ach Mist. Hab ich. Okay. Egal. Benutzen wir die halt auch noch. So. Jetzt langt es mit Sicherheit. 17.7 oder so brauche ich glaube ich. Steige ich jetzt noch einmal auf und packe das in Geschicklichkeit rein. So. So. Es fällt mir gerade was ein. Ich kann auch noch. Wege gerade. Reisen. Wo waren das? Hier. McDuff's Werkstatt. Genau. Da reise ich jetzt hin. Denn ich habe doch eine Glut gehabt. Und der jammer doch immer. Ich soll ihm eine Glut bringen. Die bringe ich ihm jetzt einfach. Der ist ein anderer Schmied. Und. Der möchte immer eine Glut. Flame. Dear Flame. Ja. Die bringe ich ihm jetzt. Die kann er haben. Und dann kann er irgendwas mit den Waffen besser machen. Das Katana ist glaube ich nicht so stark. Jetzt. Im Moment noch nicht. Wahrscheinlich die Hunde da. Doch. One-Hitten tue ich sie trotzdem. Menschen-Build ist gut. Gut. Baut sie. Okay. Auch One-Hits. Ist das auch ein Hunder oder? Sehe ich das falsch? Ne. Dann gehe ich jetzt mal zu McDuff. Ich gucke erst mal bei dem Dicken da. Was wir da machen können. Hallo. Okay. Vier Schläge. Das ist noch ein bisschen zu viel. Jetzt gehe ich erst mal zu dem Kollegen hier hin. Der freut sich bestimmt. Oh die Kiste ist frei. Handwerker-Hammer. Handwerker-Hammer und Glitzer. Glitzerndes Titanit. Cool. Damit kann man in den Waffen auch aufsteigen. Aber es kommt erst mal er hier. Er freut sich bestimmt. Flammer. Flammer. Ich rieche Flammer auf dich. Ja. Geh da Glutsch. All I want is a little Flammer. So. Hand that Ember to me. Right now. You Emberseal. Haha. Ja. Soll ich Schwachkopf Ihnen jetzt diese Glut geben? Eigentlich nicht. Aber ich brauche ihn ja. Ich muss Ihnen die geben. Oh 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 oh. What a marvelous Ember. You've got stones, I pray. Give me stones. And I'll fortify your gear. Okay. Beim Katana geht schon mal gar nichts. Oh ja, wie war das? Waffe durchtränken. So wollte ich. Das wollte ich da machen. Jetzt kann ich meine Waffe durchtränken? Mit was? Habe ich nicht. Blitzstein. Ich könnte Blitzschaden machen auf mein Katana. Mitternachtstein habe ich auch. Was ist denn das? Winsternisschaden? Giftschaden? 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 Aber alter, irdischer Stein. Aber was macht das? Gar nichts. Außer meine Waffe schlechter wieder. Das bleibt gleich. Das verstehe ich. Mit Magiestein? Hä? Macht gar nichts. Das ist wahrscheinlich Kruder. Ja. Und das macht Blutung. Den habe ich nicht. Feuer, Tragenstein habe ich auch nicht. Also Blitz könnte ich zum Beispiel machen. Verliert nicht so viel, ne? 79. Blitzschaden. Könnte ich machen. Kost auch nur zwei. Komm, ich mache das einfach mal. Und dann kann man den später auch noch mal ein bisschen verstärken. Wenn ich denn die entsprechenden, ja, Dingensbums habe. Verstand kaufen. Was kann man denn kaufen? Oh, der hat ja auch nette Waffen. Bastardschwert. Uchigatana hat der. Hm. Naja gut. Dumm gelaufen. Flügellanze. Sense. Langbogen. Königstrachenschild. Hm. Zwo, vier. Da muss man ein bisschen fahren. Habe ich nicht mehr. Oh, der hat große Pfeile. 30 Stück. Ne, unendlich. Auch nicht schlecht. So kann ich nur 21 kaufen. 630. Ja gut, ich habe nicht so viel, ne? Unendlich und unendlich kleine Pfeile hat er auch. Reparaturpulver und große Scherben hat er auch. Okay. Weiß ich Bescheid. Ja. Der ist, glaube ich, Deer Flame. Deer Flame. Deer Flame. Jetzt hat er die Amber und was ist? Er redet nur noch von Flammen. Jetzt mach ich das mal so. Mal gucken, ob sie immer noch One Hits sind. Ich habe jetzt ein bisschen von meinem Schaden, von meinem Grundschaden eingebüßt. Ja. Okay. Immer noch. Immer noch. Wie schnell er ist. Ja, okay. Also. Auch nicht so tragisch. Da ist noch ein Wauzi. Da hinten ist noch ein Wauzi. Na, Mensch. Dann halt so. Jetzt bist du dran. Jetzt du da hinten. Zack. Oh, den treffe ich nicht, glaube ich. Nee. Da auch noch ein Wauzi. Ja, genau. Seele eines namenlosen Soldaten. Hier. Treffe ich dich jetzt vielleicht? Jo. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Kann ich die nicht backstabben? Geht das nicht? Irgendwie ist das andere Katana stärker. So. Das war dieses hier. Jetzt überlege ich gerade. Das habe ich jetzt alles erledigt, ne? Ich habe hier noch nicht alles durch, glaube ich. Da habe ich noch nicht alles durch. Nee, 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 nee. Ich glaube nicht. Gehe ich mal zu den Medien zurück. Da war ja noch irgendwie ein anderer Weg, der da ziemlich giftig war. So, erstmal das Rendering-Programm geschlossen. Nebenbei. Ich habe ja Zeit. Die Ladezeiten sind zu lang und da kann ich mir das leisten. Ich bin aber irgendwie wieder zu schwer. Geht gerade noch, hält sich noch in Grenzen. Wie waren das? Da waren welche, ne? Da hinten ist zum Beispiel ein Item. Wauw, wauw, wauw. Wauw, wauw, wauw. Wauw. Der ist auch ganz schön stark, der Riese da, ne? Jetzt ist er runtergefallen. Schließe ich jetzt in die Barte. Ich habe was hinter mir gehört. Bin ich ein bisschen erschrocken gerade. Was mache ich denn noch geschwind kalt? Oh, der hat was getroppt. Das hole ich mir doch gleich mal. Ein glatter, seitiger Stein. Ach, der ist oben drüber, ne? Guck mal, ist alle runtergesprungen. Hallo. Guten Tag. Okay. Wer hat was getroppt? Rote Egelpastillen. Haha, ja. Ich hoffe, das war erwartet, dass ich schlieb. Die bieten alle noch. Das sind alle noch brav. Aber jetzt gehe ich mal hier entlang. Diesen Weg, diesen Weg bin ich noch, bin ich noch nicht gelaufen. Aha, eine Kiste. Alright. Darf ich uns kaputthauen hier? Oh, leckige Bananer. Giftstein und faules Harz. Ich glaube, den kann man nicht vergiften. Da sind die Giftpfeile völlig fehl am Platz. Ja, jetzt bin ich da aber dummerweise runtergesprungen. Da führt kein Weg mehr nach oben. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da rauskomme. Na, ich werde sehen. Jetzt werde ich erstmal mir da unten diese Giftnödel da nochmal reinlegen. Und dann? Alles andere habe ich ja. Die Steinchen da. Da muss ich nämlich runter ins Gift. Und ich sehe nix. Ich sehe gar nix. Hochklettern. Bin ich vergiftet? Also da bin ich hergekommen. Oh, jetzt muss ich auch ein Steinchen snacken. Noch eins. Hä? Jetzt wieder im Kreis gelaufen? Nee. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Ich habe gar nicht gesehen, dass eine Leiter ist. Ist doch noch mehr. Nee. Hier in das Item komme ich nicht ran. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber ich habe so Kettenrasen gehört da. Kopfhörer hört mir das ganz gut. Ich habe aber auch jetzt gerade gesehen, da ist was drin. Oh. Das kann es aber nicht gewesen sein. Das hat so eher nach den großen sich angehört, wie die vom Jägerhain. Ich traue mich da nicht wirklich rein, ehrlich gesagt. Da sind mir zu viele Items. Zu viel. Und irgendwie zu wenig. Was soll ich sagen? Dann mache ich jetzt mal nochmal das mal raus. Gehen wir mal rein. Los, was für eine Waffe? Das ist die Frage. Ich habe es geahnt. Einer steht da. Gut, einer ist nicht das Problem. Oh, 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 jaba. Da geht es hoch, da geht es hoch, da geht es hoch, da geht es hoch. Und die alle her? Ja. Ja. Oh, wo denn? Wow. Halt. Sind die jetzt runtergesprungen, da? Oh, mein Stab ist kaputt. Kann das sein? Nee, nee, nee. Ist wohl nicht mein Freund. Oh, weg hier. Hei, 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 hei. Bin ich aber froh, dass ich so viele Möglichkeiten habe zum Ausweichen. Hey, was mit dir los? Boah, der ist mit runtergekommen und fegt mir meine ganze Kondition weg mit einem Hieb. Okay. 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 Ja, genau. Ey, ist der schnell. Halt der Schwede. Wie schnell die aus sind grüne Blüte? Ja, das hätte ich gebrauchen können vorher. Was für eine Verarsche, ganz ehrlich. Ja, ist da auch was drin. Schimmernder Lebensstein und große Seele eines tapferen Kriegers. Ja, die bringen ein paar Seelen. Titanitscherfe. Titanitscherfe. Okay. Okay. Da geht's glaube ich weiter. Skeptikergewürz. Okay. Da habe ich alles. Da ist noch was. Ja, und nix. Das ist toll. Hat sich gelohnt. Aber da war noch was drin. Ja. Nehme ich natürlich auch mit. Große Titanitscherbe. Gut. Kann man brauchen. Ist ja auch teuer. Und da unten war noch irgendwas, ne? Ja, da war auch noch was drin. Lebensstein. Fünf Stück. Cool. Ja. Oh, da ist auch noch was drin. Einfallspinselgewürz. Ja. Kann man brauchen. Ist alles selten. Wo war das jetzt mit dem Weg? Da ging es noch. Irgendwo gab es noch einen Weg. Oder sah das bloß so aus vielleicht. Das kann auch sein. Hier. Ne, der hier. Hier. Und hier. Ah, das ist das Item, was ich... Ah, okay. Ein Duftzweig. Cool. Ja. Das ist toll. Oh, eine Echse. Die ist mir aber verdammt nah dran an das... Hab ich nicht irgendeinen starken Pfeil? Ja, die da wächst, ne? Zu schnell. Weil die ist mir an dem Gift da in der Nähe. Die sehe ich ja überhaupt nicht mehr wieder. Jetzt höre ich sie klingeln. So ein großer Pfeil vielleicht. Macht eine Schaden. 85. Feuerpfeil macht mehr Schaden, aber... Ich bezweifle das, dass es ein One-Hit wird. Doch. Cool. Das ist klasse. Hat gelangt. Titanitscherbe. Große Titanitscherbe. Und ein Bleichstein. Aber ich glaube, da darf ich jetzt nicht runter, oder? Da kann ich... Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay. 32 Minuten. Schon fast 33 Minuten. Nein, es sind 33 Minuten. 0,1. Okay. Dann bin ich jetzt hier fertig. Runter mit dir. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt wieder ans Leuchtfeuer. Und ich bin fertig. Reisen. Nach Machula. Immer nach Machula zurück. Ich sage, Dankeschön fürs Zuschauen. Ja. Ah, jetzt ist wieder so. Jetzt muss ich ein bisschen warten. Ich kann nicht da mittendrin aufhören. Ihr sollt ja sehen, dass ich in Machula reise. Nicht wahr? Ja. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und wenn ihr nicht abonnieren wollt, keinen Bock drauf habt, was auch immer, dann schaut wenigstens ab und zu mal vorbei. Natürlich nur, wenn es euch gefallen hat. Ganz klar. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Tschüss. Bye-bye. Winge, winge. Hier war euer Sanfinkoll. Bye-bye. Bye-bye. People may be fine.